. Nach Leht und Rautex 27 Semi-Kolon ist Danze Sieg und Uni-Abschluss, Eckhard genießt Urlaub. Ekaterina Leonova, 31, hat ein paar stressige Monate hinter sich. Mit Ingelflück, 60, kämpfte sie seit März bei Lehtstanzo um den Pokal und durfte sich vergangene Woche tatsächlich mit dem Komedian über den Sieg in der Tanzhof räulen. Nebenbei beendete die gebürtige Russin zudem ihre Masterarbeit und machte damit ihren Uni-Abschluss. Nach den vielen Strapazen hat sie nun endlich mal Zeit durchzuatmen und genießt einen Traumurlaub in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auf Instagram grüßte sie ihre Fans zunächst mit einem Foto aus Abu Dhabi mit Blick auf das Farmont Marina Resort, einer gigantischen Wolkenkreuzer Hotelanlage, die dem berühmten Fünf-Sterne-Haus Atlantis de Palm auf der künstlich angelegten Palmeninsel in Dubai nachempfunden sein soll. Mit ihrer Schwester Maria postete sie dann außerdem Pics aus jenem Emirat direkt vor und aus dem Burj Khalifa, dem höchsten Bauwerk der Welt. Und ihre Sis scheinen sich nicht nur ziemlich nahe zu stehen, sie teilen auch die Lust am Tanzen. Maria ist ebenfalls ein Profi und unterstützte bei Let's Dance und die 31-Jährige in ihrem Fresh-Stühle.